Von Wange die 2883. Ein natürlich komplett generisches Car, was kein echtes Vorbild hat. Und zwar ist es der Borsche. Und damit mal ein Video. Hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute zu einem Set, obwohl wir gehen das mal etwas anders an. Könnt ihr euch noch an diese Katastrophe hier erinnern? Ich denke, das kriegt man nicht so schnell aus seiner Erinnerung raus. Und keine Angst, um dieses Set geht es jetzt auch nicht. Aber ich habe mir es nochmal angetan. Und ich denke, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich schon mal kurz reingelöst und ich denke, ich habe einen ganz, ganz großen Fehler gemacht. Weil ich tue mir nicht nur das Set nochmal an. In dem Sinne von, dass sich ein Hersteller gedacht hat, das wäre ein gutes Vorbild, um es nochmal nachzubauen. Sondern in dem Sinne von, dass der Hersteller scheinbar dieselben Fehler gemacht hat wie Wange. Aber gut, ich rede viel zu viel über den heißen Preis schon wieder. Hier haben wir das wahrscheinlich nicht so gutes Stück. Ich meine, was waren die größten Kritikpunkte am Wange-Set? Ein Stickerbogen? Und nein, das leider nicht von Wange, sondern das von diesem Set. Die Faltanleitung, die einfach nur billig gewirkt hat, haben wir hier auch wieder. Aber das muss ich sagen, das bin ich von dieser Reihe von Sembo gewöhnt. Und die ist vor allen Dingen trotzdem viel, viel hochwertiger als das, was Wange dort abgeliefert hat. Der Hauptkritikpunkt waren ja diese ganzen Sachen mit dem Preis, den Wange dafür aufgerufen hat. Wange wollte ja knapp 15 Euro für den Morix. Sembo, jetzt im China-Import, möchte dafür 7 Euro. Also eventuell, wenn das ein bisschen besser als das von Wange ist, haben wir vielleicht den Hauptkritikpunkt so ein bisschen ausgekondert. Und das war halt einfach die Sticker mit der Qualität und der absolut schlechten Anleitung damals von Wange in Kombination mit dem Preis. Hier hätten wir dann zumindest eine etwas bessere Anleitung, die zwar auch zum Falten ist. Den Stickerbogen genauso wie von Wange. Vielleicht ein bisschen bessere Steinequalität und ein etwas ausgeklügelteren Bau. Aber für weniger als die Hälfte, als der Preis, den damals Wange aufgerufen hat. Das ist auf jeden Fall als Vorbild wieder der LMB1 Porsche. Das Set hat aber nicht die offizielle Lizenz. Wir haben hier wieder bei den Stickern Porsche. Bei Wange hatten wir ja damals Porsche statt Porsche. Das ist immer so eine Sache. Es gibt viele Sets, die jetzt nicht die offizielle Lizenz haben. Solange es kein 1 zu 1 Nachbau ist und vor allen Dingen die Sponsorennamen und so umgeändert sind, ist das immer okay. Habe ich immer auf dem Kanal so gehandhabt, dass ich es trotzdem vorstelle. Aber ich weise immer darauf hin, das hier hat keine offizielle Lizenz. Also ihr kriegt hier kein offizielles Porsche Produkt. Ansonsten nur noch einen ganz kurzen Blick in die Anleitung bzw. das, was wir jetzt hier sehen. Es wird hier nichts ausgegraut. Was schon gebaut wurde, wird weiterhin in Farbe dargestellt. Und was gerade gebaut wird, wird auch in Farbe dargestellt. Insgesamt haben wir hier bei der Sembo 607 011 26 Bauschritte. Aber ich würde sagen, wie immer, schon wieder viel zu viel gelabert. Ich weiß nicht, ob ich mich auf den Bau freue. Aber trotzdem würde ich sagen, ich fange jetzt an zu bauen. Ihr seht gleich das fertige Fahrzeug und hoffentlich mit dieses Mal besseren Nachrichten als von dem Wange Fahrzeug. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und fertig ist das Porsche LMP Supercar. Und ich sage es euch ganz ehrlich, Selbstverletzung oder Selbstgeißelung ist wirklich keine Lösung. Deshalb bin ich auch ganz froh, dass ich bei diesem Set ein bisschen weniger Schmerzen verspürt habe, als bei dem Wange Set. Aber halt, 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 stopp. Das heißt noch lange nicht, dass das ein gutes Set hier ist. Aber da reden wir noch drüber. Ich will bloß schon mal loswerden. Es ist zumindest nicht so schlimm wie das Wange Set gewesen. Und ich würde sagen, wir erinnern uns nochmal an die Probleme des Wange Sets und gehen die nach und nach nochmal durch, ob wir die auch hier haben oder nicht. Und Punkt 1 war ja, wir haben einen riesigen Stickerbogen. Ups, haben wir hier auch. Punkt 2 war, dass der Stickerbogen bei Wange sehr verknickt war. Haben wir hier nicht. Der ist super angekommen. Eigentlich echt Nammutszeugnis, wenn man es bei einem China-Import in einem Polybag hinbekommt, den Stickerbogen unversehrt herzukriegen. Und dass es Wange nicht hinbekommt, in einem Karton den Stickerbogen unversehrt herzukriegen. Also, 1 zu 0 für dieses Set. Weil wenn ihr jetzt wirklich darauf steht, 100.000 Sticker auf dem Set zu klatschen, hey, warum nicht? Dann könnt ihr das hier gerne machen. Ihr habt auf jeden Fall nicht so große Schmerzen damit, wie mit dem Set von Wange. Weil da wären die Sticker einfach schon von vornherein nicht gut gewesen. Das nächste große Problem von Wange war ja, dass es ohne Sticker einfach komplett scheiße ausgesehen hat. Weil das Auto einfach nur komplett weiß war. Hier haben wir jetzt ein bisschen den Gegenpart. Das Fahrzeug ist nicht komplett weiß. Es ist aber auch nicht schön unbedingt. Also das Fahrzeug ist halt jetzt schwarz-weiß. Wir haben hier wenigstens ein paar Farben, die nicht mit Stickern gelöst sind. Das ist ja schon mal eigentlich eine ganz schöne Sache. Kaufen würde ich es aber trotzdem nicht, wenn ich da die Sticker nicht aufklebe. Weil dann sieht es halt immer noch nach nichts aus. Das ist manchmal ganz ehrlich. Dem ein oder anderen Adlerauge von euch wird aber aufgefallen sein, dass ich hier einen Sticker aufgeklebt habe. Findet ihr den? Ja gut, ihr könnt die nicht finden, weil es ist kein Sticker. Weil wir haben bei diesem Set ein Print. Also nochmal drüber nachdenken. Wir haben das. Und wir haben bei dem Set ein Print. Und zwar haben wir hier im Cockpit die Tachoanzeige und die Drehzahlanzeige als Print drin. Und das ist auch noch ein ganz schöner Print. Ist halt eigentlich relativ schade, weil der einzigste Print, den wir im Set haben, ist im Cockpit versteckt. Und wenn man sich das ins Regal stellt, ist das halt das einzigste, was sich am Ende nicht ablöst nach einer längeren Zeit. Und es ist einfach im Cockpit und nicht am äußeren des Fahrzeugs. Aber ein Print ist besser als kein Print. Von daher auch schon mal ein Stückchen besser als das Wange Set. Ein großes Problem noch vom Wange Set war ja die Auffaltanleitung mit einer komplett schlechten Qualität. Hier haben wir auch eine Auffaltanleitung, aber in einer viel, viel besseren Qualität. Hat sich sehr gut nach nachbauen lassen. Und wir haben zumindest nicht solche Totalausfälle wie bei Wange. Ansonsten gefällt mir auch hier wieder die Pau-Technik, wie halt die Form von so einem LMP1-Fahrzeug getroffen wurde. Und wenn wir hier wenigstens ein paar Prints drauf hätten, wäre das ein Set, mit dem man rechnen müsste. Das Einzige, was ich schon bei dem Wange Set nicht schön fand und auch hier nicht schön finde, ist die Ansicht von vorne. Also man hätte hier halt wirklich Teile mit einem geraden Abschluss ohne Noppen wählen müssen. Ich meine, von vorne sieht das ja mal sowas von bescheuert aus, dass da einfach die Noppen rumhängen. Ich weiß nicht, was man sich dabei so gedacht hat. Ansonsten haben wir noch eine Figur mit einem relativ generischen Gesicht, einem relativ generischen Helm und einem Schraubenschlüssel in der Hand. Die ist aber vorne auf der Brust, auf den Beinen und auf dem Rücken bedruckt. Die Druckqualität ist jetzt nichts herausragendes, aber auch nichts super schlechtes. Und die Figurqualität von den Gliedmaßen ist auch eigentlich einigermaßen in Ordnung. Ist okay, wenn man sowas halt mit dabei hat. Ebenfalls mit dabei ist so eine Anzeigetafel, die halt relativ wenig anzeigt, weil ihr dürft dreimal raten, was es ist. Es ist ein Sticker. Und jetzt kommt aber schon der ganze Grund, warum ich euch dieses Fahrzeug trotzdem empfehlen kann, wenn euch die Sticker nicht stören. Und zwar kostet dieses Fahrzeug 7 Euro und es ist ein Preis, mit dem man leben kann. Es ist kein Schnäppchen, aber es ist in Ordnung. Und wenn ich dazu im Vergleich das Supercar von Bange sehe, was ja ungefähr dasselbe Vorbild hat, was ähnlich kreative Namen von der Lizenzabänderung hat, was von den Stickern sehr ähnlich ist und vom Aufbau relativ ähnlich ist, aber 15 Euro kostet. Da konnte ich euch bei dem Wange-Set keine Kaufempfehlung rausgeben. Für 15 Euro sowas zu kaufen, also da kann man halt eigentlich auch zur Bank gehen, holt sich da die 15 Euro und verschenkt sie an Obdachlose. Da habt ihr wenigstens noch was Gutes getan und habt mehr Freude daran, als wenn ihr euch das Wange-Set kauft. Ihr habt da vielleicht dasselbe Set, was grundlegend nicht hundertprozentig schlecht ist, aber einfach so eine gewisse Abneigung da ist, wegen diesem riesigen Stickerbogen. Also wie gesagt, ich klebe sowas nicht auf, tut mir leid. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass sich jemand dieses Set kauft, um es auszuschlachten und die Teile für was anderes zu verwenden. Wenn ich mir dieses Set kaufe, dann kaufe ich mir das Set, um am Ende das Ding ins Regal zu stellen und mich drüber zu freuen, dass ich da den Porsche stehen habe. Und hier habt ihr halt wenigstens dieses Set dann zu einem angemessenen Preis und nicht für 15 Euro. Und ganz ehrlich, damit ist alles gesagt. Obwohl, einmal ist es noch ganz cool, wir haben so einen Schwungersatzfelgen mit dabei. Also momentan haben wir solche relativ fein speichelichen Felden drauf und dann haben wir hier nochmal solche relativ grob speichelichen Felden mit dabei. Aber ansonsten, wenn ihr das Set selber besitzt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Natürlich könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick. Wenn ich mir dieses Set kaufe, dann kaufe ich mir dieses Set. Nein, doch. Könnt ihr euch noch an diese Katastrophe hier erinnern? Okay, tut mir leid, wenn ich dich ausschrocken habe. Alles gut? Jo, passt. Jetzt ist ein Gang.